Tag 83 und es ist mir, dem Pokémaniac Bill, immer noch nicht gelungen, ein Pokémon zu klonen. Die größte Errungenschaft habe ich vor zwei Wochen geleistet. Ich habe versehentlich das Blut eines Pokémon nicht genug aus der Maschine entfernt, als ich sie zum Säubern betreten habe, dass ich auch das vergessen konnte. Vor allem habe ich vergessen, den Strom abzuschalten und bin einfach in die Maschine reingegangen und habe versehentlich den inneren Startknopf beim Säubern gedrückt. Das war alles nur ein Zufall. Nachdem ich wieder aufgewacht bin, hatte ich die Form eines Pipis angenommen. Der erste Fortschritt meiner Arbeit war endlich zu sehen, aber dann musste ein dummes junges Kind in mein Haus kommen und hat meine gesamte Arbeit zunichte gemacht, wie ich dieses Kind hasse. Er kam plötzlich in mein Haus und suchte mich, weil er ein dämliches Bootsticket wollte. Damit er kein Verdacht schöpft, musste ich so tun, als ob ich Hilfe benötige. Ich ging wieder in die Maschine und er drückte den Umkehrknopf und ich transformierte mich zurück. Damit er mein Haus wieder verlässt, drückte ich ihm das Bootsticket in die Hand, dass ich wieder allein sein konnte. Der hat mich so genervt, dieser Junge. Naja, Hauptsache ich weiß, dass es möglich ist, ein Pokémon zu transformieren. Klon wird dann bestimmt auch möglich sein. Nur gut, dass alle glauben, ich würde versuchen, einen Zeltransporter zu entwickeln, welcher einem ermöglicht, sich in ein Pokémon zu verwandeln. Aber das war noch nie mein Ziel. Ich habe es immer nur so erzählt, damit keiner meine richtige Intention weiß, welche ich mit einer Klonmaschine vorhabe. Naja, so, dann hole ich mir mal das nächste Versuchsobjekt, welches ich für sein Blut töten und verwenden kann. Es ist einfach nur zu perfekt, dass alle glauben, Team Rocket würde die Pokémon entführen und quälen, so dass ich die Pokémon in meinem Geheimgarten weiter für meine Experimente ohne Probleme gefangen halten und nutzen kann.